Hi, ich begrüße dich, Heinz-Peter hier mit einem kleinen Feedback für dich. Ja, du bist sicher auch auf der Suche nach Tools, so wie ich, wo den Unternehmer unterstützen sollten. Man findet da draußen so viele Angebote. Man braucht hier was, da was, dort was und ist am Schluss im Monat mit einem dreistelligen Betrag dann voll dabei. Gibt es da eine andere Lösung? Ja, die habe ich dir hier unterhalb. Eine Lösung, ein All-in-On-Tool, wo alles integriert ist. Lass dich überraschen. Wo gibt es das? Also hier unterhalb dem Button habe ich dir einen Link hinterlegt, wo du dich kostenlos und unverbindlich anmelden kannst. Für unser geiles Webinar, das am 19.07. am Sonntag 11 Uhr stattfindet. Wie du da drauf kommst, wie gesagt, hier unterhalb dem Video, habe ich dir den Link bereitgestellt. Schau dir an, die Landingpage. Da steht ein paar Sachen drinnen, was dich dort erwartet. Ich möchte dir hier nicht lange sich aufhalten. Wir kommen gleich zum Punkt. Dort lese ein bisschen was durch, was dich dort erwartet. Ja, und dann kannst du dich mit deiner besten E-Mail-Adresse dort anmelden und wirst dann den Link für das Webinar am Sonntag darüber erhalten. Nichts, vielleicht schreibt ihr dir das ganz groß im Kalender, aber du wirst auch von mir ein paar Erinnerungen erhalten. Also, dann sehen wir uns am Sonntag, den 19.07. um 11 Uhr im Webinar. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg mit deinem Business und freue dich drauf. Ich kann es schon kaum erwarten. Was für geiles Du, dass es da gibt. Und einige Überraschungen sind auch noch inkludiert. Lass dich wirklich überraschen. In dem Fall sehen wir uns am 19.07. am Sonntag um 11 Uhr im Webinar live. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like hier und einen Kommentar. Würde ich mich freuen für dein Feedback darüber. Egal, ob es positiv oder negativ ist. Ja, außerdem, wenn du die Glocke betätigst oder meinen Kanal abonnierst, wirst du immer laufend über meinen Content, was ich hier abgebe oder meine neuesten Videos informiert vorab. In dem Fall wünsche ich dir einen schönen Tag noch. Tschüss, dein Heinz.